Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder euer Kotthansi und heute präsentiere ich euch den German Top Kotthard vom 17. Januar 2012. In diesem noch jungen Jahr spielt Uwey mit seiner goldgetarnten AS50 auf Dome, Dropzone und ja, nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4, nicht 5, sondern 6 Kills in Folge macht der gute Mann hier und schaltet so mit seiner goldenen AS50 das gesamte Gegnerteam aus. Richtig geiler Clip, hier sehen wir es nochmal in der Slowmotion, wie einfach das gesamte Gegnerteam auch noch ohne Nachladen wegript, also richtig geiler Clip Leute und ja, ich bin raus, ciao.